Liebeskummer, schlechte Laune und Riots Okay, der Plan stand. Es war Mai und im Oktober sollte ein neues Album meiner Band auf den Markt geworfen werden. Zwei Stücke hatte ich vor einiger Zeit fertig produziert und beide kamen beim Publikum extrem gut an. Sie hießen Raven gegen Deutschland und Lustprinzip und waren schon seit längerem fester Bestandteil des Egotronic-Livesets. Gute Voraussetzungen also, um entspannt bis Ende Juli oder Anfang August zehn weitere Songs zu produzieren, das Ganze mischen und mastern zu lassen und beim Audio-Lit-Label-Chef Lars abzugeben, der mich schon seit Herbst letzten Jahres mit Fragen nach einem zweiten Release löcherte. Einziges Problem, ich war extrem scheiße drauf und das hatte exakt zwei Gründe. Grund 1 Mein langjähriger Bandkollege und Freund Herm hatte nach sechs Jahren gemeinsamen Tourens mich und eben dieses Tourleben dermaßen satt, dass er beschloss, sich zukünftig auf anderes zu konzentrieren und Egotronic zu verlassen. Das kam nicht überraschend, zumal wir seit langem nicht mehr wirklich miteinander klarkamen, was sich unter anderem dadurch äußerte, dass unser Kontakt außerhalb der gemeinsamen Shows auf ein Minimum beschränkt war und freundliche Gespräche eigentlich gar nicht mehr stattfanden. Gleichzeitig hatten wir beide aus unterschiedlichen Gründen Schwierigkeiten, Probleme zu thematisieren und so aus der Welt zu schaffen. Herm war eher der konfliktscheue Typ, während eine meiner charakterlichen Eigenschaften ein bisweilen sehr dominanter Diskussionsstil ist, der einer Klärung unserer Meinungsverschiedenheiten nicht gerade zuträglich war, wenn er sie nicht sogar verunmöglichte. Hinzu kam, dass ich ein extrem ungeduldiger Mensch bin und deshalb immer alles gleich erledigt haben will, was in der damaligen Situation zusätzlich Druck auf Herm aufgebaut haben dürfte. Denn noch heute ist es so, dass ich, wenn etwas nicht so funktioniert, wie ich es gerne hätte, durchaus schnell aufbrausend sein und verbal über die Stränge schlagen kann. Unser Booker und mein Mitbewohner können davon vermutlich ein Lied singen. Als ich in frühester Jugend anfing, mich in politischen Gruppierungen wie beispielsweise der Antifa zu organisieren, war ich aus diesen Gründen stets ein unangenehmer Diskussionsgegner. Darunter hatten auch meine Eltern zu leiden. Wie bei Eltern so üblich, sahen sie viele Dinge nicht so wie ich und bekamen deshalb des Öfteren die ein oder andere Hasstirade um die Ohren geschlagen. Denn mit Autorität konnte und kann ich schon mal gar nicht. Herm war im Gegenzug immer schon der Ruhigere von uns beiden, hatte vieles geschluckt, anstatt anzusprechen. Durch unsere beidseitigen Kommunikationsschwächen hatten sich mit der Zeit so viele Konflikte aufgestaut, dass es unmöglich wurde, sie in Ruhe zu besprechen. Wenn wirklich mal ein Streit unausweichlich wurde, kamen darin längst vergangene Angelegenheiten zur Sprache, an die ich mich zum Teil gar nicht mehr erinnern konnte. Da ich dazu neige, nicht angesprochene Konflikte auszublenden, kann man mit Fug und Recht behaupten, dass Einfühlungsvermögen nicht gerade mein zweiter Vorname ist. Als Herm dann vom Arbeitsamt die Gelegenheit bekam, eine Umschulung zum Veranstaltungskaufmann zu beginnen, hatte er außerdem die Doppelbelastung von Wochenendshows und Ausbildung zu tragen, was ihm irgendwann zu viel wurde und zu einem für mich schwerwiegenden Entschluss seinerseits führte. Er stieg aus. Das Ganze passierte, als ich in seiner Neuköllner Bude für das geplante Album ein paar Testgesänge aufnahm und er plötzlich meinte, du weißt ja, dass ich jetzt in dieser Umschulung stecke. Mir wäre es deshalb lieber, wenn wir das mit der neuen Platte verschieben könnten, bis ich die Ausbildung abgeschlossen habe. Das können wir unmöglich machen. Warum denn nicht? Herm, du weißt, Egotronik ist mein Leben. Und wenn es jetzt schon das Angebot gibt, eine neue Scheibe zu releasen, kann ich gar nicht anders, als das Angebot anzunehmen. Ich will eine Platte, eine Tour und all den Scheiß. Ich habe doch gar keine Alternative. Wenn du nicht dabei bist, muss ich sie wohl allein machen. Also überleg dir das bitte nochmal. Danach beendeten wir die Diskussion und während ich noch dachte, alles würde sich bestimmt wieder einrenken, gab er auf seinem Weblog und per MySpace bekannt, dass er keine Lust mehr auf die Band hätte, was einen kurzen Aufruhr in unserer damaligen Fangemeinde verursachte, da alle dachten, das Projekt Egotronik wäre nun Geschichte. Wir telefonierten daraufhin nochmal, was dazu führte, dass Herm zwar seinen Blogeintrag wieder aus dem Netz nahm, aber unsere Trennung besiegelt wurde. Zudem machte er mir unmissverständlich klar, dass es in seinem Sinne wäre, wenn wir eine Weile nichts mehr miteinander zu tun haben würden. Grund 2 Ich war von der Frau, die ich so viele Jahre lang abgöttisch geliebt hatte und die sogar noch heute einen festen Platz in meinem Herzen hat, verlassen worden. Gut, es war nicht das erste Mal, dass sie mich in die Wüste schickte. Vielmehr verbannt uns damals etwas, das man nicht selten in leicht abwertendem Tonfall eine Never-Ending-Story nennt. Aber diesmal schien es wirklich ein Abschied für immer zu sein. Denn auch sie ließ keinen Zweifel daran, dass ein Leben ohne mich vermutlich ein Schöneres wäre, weshalb ich mich besser nicht mehr blicken lassen sollte. Nachdem sich also zwei der für mich wichtigsten Menschen fast zeitgleich aus meinem Leben verabschiedet hatten, war ich komplett am Boden zerstört und verspürte nichts weiter als den unbändigen Drang, mich zu Hause einzuschließen, im Bett zu vergraben, viele Zigaretten zu rauchen, Filme zu schauen und so zu verharren, bis ich entweder all meine Probleme von allein wieder verzogen oder ich aus Mangel an sozialen Kontakten langsam und würdelos verenden würde. Viel Good Movies waren dabei meine erste Wahl, weil sie meist leicht verdaulich sind und immer glücklich enden, obwohl in der Regel der Protagonist im Verlauf der Geschichte so manche emotionalen Höhen und Tiefen durchmachen muss. Kurz vor dem Happy End ist er ganz weit unten angekommen und weiß weder ein noch aus. Ein herrliches Beispiel ist 50 erste Dates mit Adam Sandler, bei dem sich dieser in eine Frau verliebt, die unter Gedächtnisverlust leidet und ihre Begegnung deshalb immer am nächsten Tag wieder vergessen hat, was wie zu erwarten zu allerlei Komplikationen führt. Was habe ich mit dem Hauptdarsteller gelitten, bis am Ende endlich alles gut wurde und das Paar einen Weg fand, glücklich zusammenzuleben? Man muss sich das mal vorstellen. So leichte Kost und ich leide voller Anteilnahme mit. Ein Zustand, der mir eigentlich heute noch die Schamesröte ins Gesicht treiben müsste. Um die Schmach des schlechten Filmgeschmacks etwas zu lindern, möchte ich an dieser Stelle noch einen weiteren, weit weniger peinlichen Streifen anführen, nämlich den Film Vergiss mein Nicht mit Jim Carrey und Kate Winslet in den Hauptrollen. Bei diesem wirklich empfehlenswerten Stückchen Filmgeschichte findet ein Paar wieder zusammen, obwohl in ihrer Beziehung alles schiefläuft, was schieflaufen kann, weshalb es sich trennt und sogar eine neue Technologie verwendet, die es ihm ermöglicht, Erinnerungen an den jeweils anderen zu löschen. Zugegeben, das ist kein klassischer Feel-Good-Movie, auch wenn er relativ glücklich für alle Beteiligten endet. Ich schätze, mein Faible für diesen Film zeigt auch nur meine damals vorherrschende Sehnsucht nach einem romantisch verklärten Weltbild, in dem wahre Liebe und Freundschaft am Ende immer als Sieger hervorgehen und ist deshalb, wenn auch wesentlich tiefsinniger erzählt und schöner bebildert, nur bedingt zu meiner Ehrenrettung geeignet. Ich möchte allerdings hinzufügen, dass es auf keinen Fall eine Schande ist, wenn man bei einer traurigen Szene ein paar Tränen verdrückt. Ich suhlte mich also im Selbstmitleid, aß nur noch Müll und verwahrloste Zusehens. Meine einzigen Kontakte zur Außenwelt waren mein unregelmäßiger Gang zur Kaufhalle und die zufälligen Begegnungen mit meinen Mitbewohnern, wenn ich zur Toilette musste. Aufs Duschen verzichtete ich weitestgehend. Im Nachhinein vermute ich, dass ich das tat, um meinem Leiden auch geruchlich Ausdruck zu verleihen. An Musizieren war in diesem Zustand überhaupt nicht zu denken, wäre doch mit Sicherheit nichts anderes als ein Ambient-Album aus Heul- und Schluchtsgeräuschen dabei herausgekommen. Und wer will sowas schon hören? So vegetierte ich dahin bis zu diesem einen Freitagabend Anfang Juni, der sich überraschenderweise bis zum darauffolgenden Montag hinzog, in dessen Verlauf ich eine kurze Affäre haben und meinen neuen besten Freund kennenlernen sollte und außerdem meine Probleme, die mich daran hinderten, Musik zu machen, durch andere, weit weniger schmerzvolle Probleme ersetzte. Aber von vorn. Es begann in den frühen Abendstunden. Ich lag gerade in meinem Bett, in meinem Zimmer, in meiner WG, in der außer mir drei weitere Linksradikale und ein Bahamas-Redakteur wohnten und schaute auf meinem Laptop, einen Fernseher besaß ich nicht, einen schönen Feel-Good-Movie mit Adam Sandler oder Tom Cruise oder sonst irgendeiner Hollywood-Größe und tat mir selbst gar fürchterlich leid. Kurz bevor das Happy End des Films meine Trauer etwas mildern konnte, weinte ich das ein oder andere Mal und trank, um die dadurch verlorene Flüssigkeit wieder aufzufüllen, Leitungswasser mit Zitronentee-Granulat, denn für mehr reichte mein dürftiges Gehalt vom Jobcenter, genannt Hartz IV, nicht, als es an der Tür klopfte. Ich haderte zunächst, entschied mich dann aber doch, ja bitte, zu rufen. Die Tür ging auf und herein kam ein mir bekannter Fotograf, der meine unübersehbare Traurigkeit ignorierend fragte, Ich war bei den Riots anlässlich des G8-Gipfels in Rostock und habe massenweise gute Bilder und Videos dabei. Magst du sehen? Klar, ich komme gleich raus, erwiderte ich und beschloss dies als angenehme Abwechslung zu meiner aktiv vollzogenen Vereinsamung aufzufassen, stand auf, zog mir eine Jeans an und folgte ihm dann ins Zimmer meines Mitbewohners Herrn Schulgin. Der Anblick der bewegten Bilder von schwarz gekleideten Vermummten, die Kopfkarren demolierten und Polizisten mit Steinen bewarfen, linderte meine Pein ein wenig und es ging mir schon leicht besser, als ich die Zimmertür meines Mitbewohners abermals öffnete. Jean-Lucy und Kula, zwei Freunde aus der Nachbarschaft, gesellten sich zu uns, woraufhin wir von vorn begannen und alle Videos nochmal anschauten. Die beiden hatten Bier im Gepäck, eine willkommene Abwechslung zum ewigen Leitungswasser mit Zitronenteegranulat, was meine Laune ein weiteres Stückchen verbesserte. Denn mal im Ernst, das Gemisch aus Alkohol und staatsfeindlichen Ausschreitungen mag ja auf Demonstrationen zu Recht verpönt sein. Zu Hause, in den eigenen vier Wänden allerdings, kann es durchaus helfen, das eigene Elend besser zu ertragen. So saßen wir eine ganze Weile, holten in regelmäßigen Abständen beim Spätkauf direkt vor unserer Haustür Nachschub an alkoholischen Getränken und diskutierten das Gesehene, bis Schulgin und Jean-Lucie eine, wie sich noch herausstellen sollte, folgenschwere Idee hatten. Jean und ich haben neulich beim Raven eine tolle Frau kennengelernt, startete Schulgin seinen Vorschlag. Sie heißt Marie und arbeitet bei der Technoparty im Cassiopeia an der Garderobe. Wenn wir dort hingehen, bekommen wir garantiert freien Eintritt. Au ja, lass uns austrinken und auf jeden Fall mal dort vorbeischauen, stieg Jean, seinen Blick fest auf mich gerichtet, mit ein und untermauerte damit, dass die beiden von mir kein Nein dulden würden, zumal sie um meine derzeitige Lage wussten und, wie ich vermutete, Mitleid mit mir hatten. Was sie natürlich niemals so gesagt hätten, denn viel schlimmer als eine durch und durch beschissene Lage ist vermutlich nur, wenn man zu nichts anderem mehr taugt, als bei anderen Mitleid zu erwecken. Aber sei es drum. Erst sträubte ich mich dagegen, die Wohnung zu verlassen. Schließlich passte dies ja ganz und gar nicht zu meinem Plan, mich im eigenen Bett in Selbstmitleid zu suhlen und auf das Ende meiner Probleme oder eben meiner jämmerlichen Existenz zu warten, ließ mich dann aber doch mit zwei geschenkten Ecstasies, von denen ich mir eine sofort in den Mund steckte, umstimmen und willigte ein. Und so machten sich Kula, Schulgin, Jean und ich, der Fotograf wollte nicht mehr mit, auf den Weg in eine wirklich, wirklich lange Nacht. Dass sie so lang werden sollte, wusste ich zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht.